Wir lernten Demut und zogen aus dem Desaster enorm viel Motivation. Die folgenden zehn Ostderbys gingen an uns. Die Rivalität zu Kretsche manifestierte sich in den folgenden Jahren. Daran änderte auch sein neuer Posten als Aufsichtsrat beim SCDHFK Leipzig nichts. Wir mochten uns schlicht und einfach nicht. Ich ärgerte mich tierisch darüber, dass er und seine Jungs aus alten Nationalmannschaftstagen Daniel Stephan und Christian Schwarzer mich ständig attackierten. Stephan ließ sie gewähren und stimmte regelmäßig lauthals mit ein. Ich war fest davon überzeugt, dass ich mit diesem Typen niemals zusammenarbeiten würde. Es gab keinerlei Berührungspunkte. Mir fehlte die Fantasie, wie das hätte funktionieren können. Unser Kontakt beschränkte sich auf teils deftige Kabeleien über die Medien. Über dieses Katz-und-Maus-Spiel näherten wir uns mit der Zeit aber wieder an. Während medial die Giftpfeile flogen, schrieben wir uns auf dem Handy Nachrichten, anfangs nur sporadisch, dann immer häufiger. Wir ließen uns gegenseitig Raum und lernten, die Stärken des Anderen zu schätzen. Vollends überzeugt hat mich Kretsche dann bei der Auslosung zur Heim-WM im Sommer 2018. Im Rathaus von Kopenhagen führten wir ein langes Gespräch. Und ich merkte, jetzt ist er soweit. Und jetzt bin ich es. Bei den Füchsen brauchten wir das Beste. Und das Beste war Stefan. Davon war ich nun überzeugt. Und so rief ich ihn irgendwann wieder an. Bob sagte er, seine Stimme klang überrascht, ganz ehrlich, wie soll das denn funktionieren mit uns? Nicht zwischenmenschlich, da sind wir längst gut miteinander. Aber ich liebe meinen Job bei Sky und ich liebe den Golfplatz. Und du, Bob, du liebst nur den Handball. Das ist dein Leben. Er hatte recht. Doch meine Entscheidung war längst gefallen. Ich wusste, worauf ich mich einlassen würde. Zwei Wochen später rief ich ihn erneut an. Es ist mir völlig egal, ob du deine Aufgaben von zwölf Uhr bis mittags erledigst oder ob du dafür vierzehn Stunden brauchst, sagte ich ihm. Mich interessiert nicht das Erlebnis mit dir, sondern nur das Ergebnis. Die Entscheidung für Kretsche war eine Entscheidung für die Füchse. Es war, das sei an dieser Stelle erwähnt, aber auch eine bewusste Entscheidung für mich und mein Leben. Seit Stefan bei uns arbeitet, haben sich meine Prioritäten verschoben. Natürlich bin ich weiterhin für das große Ganze verantwortlich, gebe jeden Tag Vollgas für den Club, so wie ich es acht Jahre lang für den DHB gemacht habe. Ich bin der Boss, wie es Kretsche immer so schön mit einem Augenzwinkern sagt, und kümmere mich um die wirtschaftlichen Dinge. Doch er ist nun der Chef im Sportlichen und genießt mein vollstes Vertrauen. Einen Schreibtisch hat er bis heute nicht bei uns im Büro, denn das würde ihm nicht entsprechen. Kretsche ist ein Freigeist, der das Leben genießt. Es bringt mir nichts, ihn in einen Käfig zu sperren, wo er nicht mehr funktioniert. Stefan arbeitet unkonventionell, aber sehr professionell und ist zu 100 Prozent zuverlässig. Er durchdringt den Handballmarkt besser als jeder seiner 17 Managerkollegen in der Liga. Er kennt jeden und findet zu jedem einen Zugang. Ich glaube, dass Stefan den Job bei uns lange machen wird. Ich will den Club mittelfristig unabhängig von mir machen, denn was du erreicht hast, ist am Ende nicht das Entscheidende, sondern wie du etwas hinterlässt. ... ... ...